Moin! Geht's schon los? Fangen wir an? Hi, mein Name ist Daniel Schenzwirz, ich bin 18 Jahre alt und auszubildender Automobilkaufmann in der T-Mail-Gruppe. Derzeit arbeite ich bei SEAD und CUPRA in Bochum und heute nehme ich euch einen Tag mit. Die Ausbildung zum Automobilkaufmann ist ziemlich vielfältig. Man durchläuft verschiedene Abteilungen, wie den Service und den Verkauf, um zu verstehen, wie ein Autos wirklich funktioniert. Die T-Mail-Gruppe in Bochum, Daniel Schenzwirz als Auszubildender. Schönen guten Tag. Was mir besonders gut an der Ausbildung gefällt, ist, dass sie so viel über die Fahrzeuge lernen, um den Kunden die bestmögliche Beratung geben zu können. Hey Daniel, da kommt gleich eine Kundin, die möchte sich den SEAD ATK anschauen. Übernimmst du das? Klar. Heute holt ein Kunde sein Fahrzeug aus der Werkstatt ab. Ich hole mir noch das nötige Protokoll und führe die Endabnahme durch. So, da haben wir doch schönes Stück. Das Fahrzeug hat einen Schaden an der Fahrradhöhle gehabt, die Werkstatt hat die Endabnahme bereits durchgeführt. Da habe ich mir die Zeit und schaue selbst nochmal drüber. Das Fahrzeug sieht soweit super aus. Ich bereite jetzt von den nötigen Unterlagen für die Übergabe vor. Willkommen in unserer Werkstatt. Hier werden die Fahrzeuge der Kunden gewartet und repariert. Hey Lukas, die Kundin hat nachgefragt. Wann ist das Fahrzeug ungefähr fertig? Die Sack ist noch zwei Stunden. Ein Auto besteht nicht nur aus der Werkstatt und dem Verkauf, sondern auch aus der Disposition. Auch hier werde ich einen Teil meiner Ausbildung verbringen. Die Disposition regelt alles, nach dem Fahrzeugkauf bis zur Übergabe. Hi. Hi Daniel. Ich wollte nur kurz die Kennzeichnung vom Schwarzen Leon abholen. Hier bitte. Danke. So, das war ein Einblick in meinen Arbeitstag als Auszubildender Automobilkaufmann. Wie ihr sehen könnt, ist mein Arbeitstag ziemlich vielfältig. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich für diese tolle Ausbildung entschieden habe. Ich fühle mich sehr wohl mit der Entscheidung und kann es nur jedem empfehlen, hier eine Ausbildung als Automobilkaufmann zu starten. Wenn ihr mehr erfahren wollt, findet ihr den Link zu unserer Karriereseite in der Videobeschreibung. Ich bitte! Ich rufe bei dir da. Losere Mateos und Ronkaufmann, kannst du Fleisch nehmen вечe. Ich rufe bei dir mehr als Aufbildung.